So, Hausdächer? Was auch immer Hausdächer ist? Das sind meistens Dächer auf Häuser. Habe ich mir mal sagen lassen. Äh... Das ist auch nicht. Die E-Mail sagt, Fortnite, neues Update, was? Na ja, los, stürzt den Imperator und holt euch das Hündchen. Machen wir. Kinder, was? Heil, oder Jesus? Das ist Rahmen. Nein, eine Mütze. Du kommst auch niemals so weit. Cool. Das hat ja gut funktioniert. Das ging ja richtig gut. Es war so klar, dass irgendeiner von euch voll Pfosten diesen Wrecking Ball nimmt. Ja, genau. Wie Olli auch wartet, bis wir uns ersetzen. Olli. Hä? Nein, why? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das ist ganz schlimm. Ich wollte schnell sein. Oh, nein, nein, nein. Oh, no. Oh, was für ein widerlicher Alarm. Nein! Das ist ja fantastisch. Oh fuck. Oh nein. What? Mit E und Q kannst du es drehen, ne Paul? Ach echt? Das macht jetzt gar kein Sinn, das Ding. Nee, Alter. Olli ist schon wieder mit seinen befissenen... Du wolltest es ja nicht zu leicht machen, oder? Oh was? Ach stimmt, das geht ja auch. Nein, nein, oh was ist das, Paul? Nein, nein, oh die Treppen sind ja super scheiße. Von den Treppen rutscht man ja runter. Ja. Ob wir es Schattenpunkt kriegen? Die Unfähigkeit meinerseits ist einfach nicht mehr zu... Was ist das? Ich will es haben. Es ist ein Riesenroboter. Was kann es? Was? Es ist kein Riesenroboter, es ist ein... Du hättest es, glaube ich, drehen müssen. Ich befürchte, man hätte damit fliegen können, oder? Ja, guck mal. Ach so. Macht aber nichts. Ja, geil. Das ist clever, man kann da rüber springen. Wo muss das schwarze Loch hin? Wo muss das schwarze Loch weg? Ja, weil ich es kaputt gemacht habe, weil ich hier rüber wollte. Wegen der Punkte, 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 Punkte. Oh nein, keine Punkte? Echt jetzt? Aber ich habe die Münze. Ja, gut. Alter, die gibt ja richtig viel. Ich baue jetzt mal genau das Richtige für mich. Das ist ja schon mittlerweile eine ganze Menge Leute hier. Nice. Nice. Oh, shit, shit, shit. Mach noch eins. Ich werde immer instant panisch. Nein, 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 nein. Nein, ich war doch gar nicht tot. Nein, grob. Yes. Endlich. Oh, wie. Oh, ganz kittere Geschichte. Ich glaube, ich muss auch was anderes plädieren. Stacheldraht, Stacheldraht. Was? Wo geht das denn? Mach das daneben, mach das daneben, mach das daneben. Dann kann man das Springgel nicht mehr benutzen. Boah, die Treppe ist mittlerweile richtig mies gefährlich. Das ging nicht daneben. Nein. Nein, nein, nein. Oh, fuck, nein. Oh, Gott, das gibt es doch gar nicht. Das kann... Na, jetzt passt der. Ah. Oh, Gott, guck mal, die Stacheln wechseln. Stammt der Axt noch eins, Alter. Ey, das Eis mit dem Stacheldraht in Verbindung ist richtig mies. Scheiße. Werde ich jemals einen Punkt schaffen? Ich bin mir noch nicht sicher. Was ist das hier? Was tut meins? Es dreht, Dinge. Ich hab keine Ahnung. Nein, 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 Alter, das Ding hier. Dieses verfickte Kack-Scheiß-Rotations-Piss-Fick-Totus-Fallen-Zoll. Nein, 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 nein. Komm schon. Komm schon. Arbeite, Paul, arbeite. Arbeite. Was? Was? Sick recovery. Kriegen wir raus, ob auf dem Discord noch einer das Spiel hat und mitmachen will? Weil dann BAM zu viert. Nein, das ist das Beste, Emma. Warum fällt, Emma? Gib es auf. No more pain, Paul. No more pain. Only dreams. Oh, geil. Oh, bitte, kann das jemand klippen? Ach, das war schön. Ja, stimmt, wir freuen uns immer über Clips. Aber noch mal kurz, vielleicht kriegen wir ja raus, ob irgendjemand zufällig noch dieses Spiel hat und Bock drauf. Mach da noch Eis drauf, weil es so schön war. Ähm, benennt bitte die Clips auch ganz ordentlich, damit wir eine gute Übersicht haben. Sonst sucht man sich immer tot nach den guten Clips. Hab ich mir selber die Münze so beschissen hingesetzt hier? Ach komm, ich geh. Ich geb auf. Naja. Na, Oli hat natürlich jetzt mit der Münze... Ai, 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 ai. Er läuft. Das wollte ich eigentlich haben. Der Todesweg. Der Todesweg. Das macht halt keinen Sinn mehr. Nein! Oh, wer hat mich da geschubst? Oh shit. Nein! Yes! Boah, das war... Nein! Oh fuck, Alter! Scheiße! Wann bist du denn? Ich dachte, du wärst tot, Oli. Ich auch. Ja, gut, ne? Oh, bitter. Nice! Ich hab Punkte bekommen für irgendwas. Ich hab für irgendwas Punkte bekommen. Ich glaub, meine Falle. Hat sich einer von euch den Code gemerkt? Wir sollen hier unten im Code... Nee, aber vielleicht kann den noch mal jemand in den Chat spammen und für uns irgendwie... Ja, aber es muss ja eh ein Freund sein, oder? Günter Greenland und für die ersten anger. Bis zum nächsten Mal.